Na, nun sitzen wir hier. Habt ihr was zu sagen? Michi, du brauchst nicht wegzuschauen. Hopp Michi, ich brauch Antworten. Wo ist mein Sohn? Also wir waren etwas trinken und wenig später war da Schmitti weg. Was heißt wenig später? Eine Stunde. Dennis? Weiß nicht, vielleicht auch nach vier, fünf Stunden. Na gut, wir haben ja Zeit, ne? Wir bleiben so lange sitzen, bis Schmitti rangeht oder ich Antworten bekomme. Wir wissen es nicht. Wo ist mein Sohn? Schmitti, wo bist du? Du, ganz schlecht. Ich bin gerade in einem U-Boot. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ich krieg ja einen Kollaps. Wie viel hast du denn getrunken? Ich hab gar nicht so viel getrunken. Keine Ahnung. Zwei Kästen. Schmitti, du kommst jetzt sofort nach Hause. Ich bin vorm Abendessen noch zu Hause, versprochen. Ich hab nicht hiermit. Ich hab nicht hiermit. Ich hab nicht hiermit. Bis dann.